Hi, ich bin Alex von Bills American Bikes und habe hier eine sehr, sehr geile Softail Custom für euch. Das Bike hat eine 21 Zoll Felge und hinten hat sie einen 200er Schlappen drauf. Die Sitzbank ist der feuchte Traum eines jeden Easy Riders. In Kombination mit der vorverlegten Fußrastenanlage und der T-Bar könnt ihr tausende von Kilometern zurücklegen. Alles sehr entspannt. Wie alle unsere gebrauchten Bikes hat auch die Mopede, unser 99-Punkte-Check hinter sich, wo eben alle Teile auf Fernstudieren geprüft wurden, Verschleißteile erneuert wurden. Eine Aufbereitung hat sie gesehen. Auch die steht sehr gut dafür, Alter. Was soll ich sagen? Kommt vorbei. Dreh am besten eine Runde. Bis zum nächsten Mal.